Hallo liebe Freunde der Drehleier. Mein Name ist Monika Fink und ich bin begeisterte Drehleier Spielerin. Beim Spielen im Stehen haben aber vor allem kleinere Menschen mit kürzeren Armen und Fingern, so wie ich, das Problem, dass es zu einer unnatürlichen Spielhaltung der linken Hand kommt, die das Spielen erschwert. Dieses kleine Drehleierkissen fixiert die Drehleier in einer leicht schrägen Position am Körper und verhilft dadurch zu einer natürlichen Haltung von Hand und Fingern und zu einem angenehmen Spielgefühl. Das Drehleierkissen wird maßgefertigt und individuell an den Körper des Spielers angepasst. Erhältlich ist es in jedem gewünschten Stoffdesign. Bestellen kann man das Kissen bei der Kostümbindnerin Nico Öst in Wien. Preis und Versand nach individueller Absprache. der Kostümbindnerin Nico Öst in Wien. Preis und Versand nach individueller Absprache.